Hallo, ich bin Diana Wanscher-Rober, ich komme aus Deutschland und ich habe über Eilersieg über das Internet erfahren und nach einer sehr netten Kontaktaufnahme habe ich mich auch letztendlich dazu entschlossen, diese Operation und die Reise wahrzunehmen und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Wir wurden am Flughafen sehr nett empfangen und direkt in unser Hotel gebracht und auch alle anderen Termine wurden sehr termingerecht abgeholt. Gestern hatte ich auch mal eine Operation, sehr gute Betreuung, alles sehr gut erklärt, der Arzt war auch super nett, es hat zwar ein bisschen weh getan, aber jetzt nach einem Tag ist alles super, ich bin begeistert, ich hatte eine sehr starke Gesichtschwäche und jetzt kann ich die Welt einfach mit anderen Augen sehen, also ich kann es nur weiter empfehlen.